Hallo zusammen, Eizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Reaktion erforderlich anzunehmen bei Lovoya in das Turmsanktal an dieser Position. Bin hier in einer Höhle, aber ich muss echt hinausschwimmen, um den gesuchten Mob zu töten. Da zeige ich euch noch, wenn ich draußen bin, die Map. So, das ist die Höhle. Hier auch die Map. Hier bin ich. Und nun darf ich Lithia Knauser töten. Kampf hat, glaube ich, zwei Phasen. Das hier ist Lithia Knausers. Greif sie mal an. Die wird mal gleich Def-CD. Und ich glaube, gleich am Ende, zumindest wenn der Roboter gegen Null geht, wird man sehen, warum die Quest Reaktion erforderlich heißt. Weil, wenn man sie nicht schnell genug anschlägt, sie abhaut. Zumindest war es bei mir so einmal. Also, man muss sie ziemlich schnell anhauen, damit sie nicht verschwindet. Wie gesagt, das hatte ich einmal. Das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich die Quest mache. Aber nachdem ich das eine Mal hatte, dass sie verschwunden ist, nachdem ich gezögert habe, Xiang zu greifen, habe ich sie in Folge jedes Mal gleich angehauen. Also, falls sie bei euch verschwinden sollte, nachdem der Schweder kaputt ist, wisst ihr Bescheid. Einfach schnell anhauen. Dann passiert es nicht. Nun darf man die Quest abgeben. Einfach wieder hier in diese Hölle schwimmen. Ich gebe nochmal kurz die Map. So, Quest ist abzugeben bei Lovoya in das Turmsanktal an dieser Position. Schöneingang habe ich euch mehrmals gezeigt. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.